hallo und herzlich willkommen zu einer neuen 2s und auf der karte untergewiesbach mit mir ich konnte nicht zwischengucken leute wie es der aufnahme so geht aufnahme geht es gut hoffen wir also warum geht das jetzt schon wieder wir haben ein problem und zwar ich glaube ich bin stecken geblieben mit dem ehemal aber eine Sekunde muss kurz was gucken wie stecken geblieben bei gerufen geht nichts weiter was nee ich bin auf dem feld stecken geblieben glaube ich wirklich zum kieselsteinchen unterm reifen aber warum die prozent steigung auf die straße bitte ist das meiner nein komm jetzt komm jetzt komm 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 ein reifen auf asphalt ja zwei reifen auf asphalt kein Problem mehr 4 die 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 mein junger anhänger auch aus asphalt ja ist ja klar ihr seid doch so ehrenlos wisst ihr das irgendjemand hat mir die schlechte ausgehangen beim anhänger deshalb kam ich nicht vom fleck wenn ich am ansehen war ja ich nicht da war muss oder wenn ich gerade weg fahre das ist mir selber das ist mir los das ist mir los warte jetzt die kiefer muss ja das ist mir klar das ist mir klar oder den park muss selber nehmen und ich stoppe ich stoppe war kein barriere ich stoppe war kein barriere Alter so wie der kicke ungewand da nur hinkam und die bäume komisch komisch das ist ja noch mal scheiße obwohl es noch vorbei ist ha 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 weißt was aber irgendwie nicht mit übernommen wurde und ich hab sie nicht konfiguriert gehabt GPS bei was bei was von meinem schlepper oh Auto oh fahrnein ja Autos mal Autos ich bin extra schon stehen geblieben wenn ich gedacht hab du mach ich jetzt aus ja ich hab den puma ersetzt grad weil der puma war so viel wert obwohl der weiß ich nicht 50 PS oder 100 PS weniger hat äh wie der sie mehr ja das Ziel das kommt jetzt nicht gut ich hab's gesagt da steht unten links du musst gar nicht entladen werden aber der ist 70% voll aber der ist 70% voll äh gut du fahrnein ist fertig meier ist auch 95% voll ne er ist fertig und muss entladen werden ok ich stehe jetzt wirklich entladen oder was also wahrscheinlich weil der noch nicht in die Reihe reingefahren ist also meiner muss entladen werden das ist ja klar oh 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 ah ok auf dem Sony hatte ich kein GPS aber dann liegt's ich glaube ich glaube zu vermuten die Traktoren sind ein bisschen zu laut Leute ich kann jetzt mit mir nicht was dran ändern ich seh es ja nicht aber du wirst ja nicht sehen immer das ist noch höher doch ich höre jetzt schon warte mal ich guck dir mal was er ist besonders er sieht das hehehe oh 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 ich sehe das schon auf 200m der ist zu laut hehehe hehehe oh got das ist noch nie eigentlich ja aber lautstärke so könnte reichen habe ich beim ich habe jetzt gesamt lautstärke 20 runtergenommen und fahrzeuge 10 hallo ja also irgendwie habe ich jetzt gerade starten sagt ach jetzt jetzt hört sich das vernünftiger ja wenn du den zaun einstellungen bist ich weiß nicht seit wann das ist aber manchmal bleibt ein standbild das habe ich aber auch das ist nur in dem tab so in den anderen geht es ja in den anderen ist alles super aber bei dem tab schon nee 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 bewegt dich weg von mir habe ich nicht von hier oben aufgehört oder angefangen oder 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 so da ich sehe es ja wo habe ich angefangen und wo habe ich aufgehört wo habe ich 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 ich glaube leute das beste sinnvollste sache an dieser sache wäre wenn würde ich das ganze feld mit stroh loser stroh ins silo jagen und nachher der rest höhen mit dem mit dem premus nachher gibt das betten Nein, das geht nicht Ich glaube jetzt ist es fast schon zu leise, der Sound Egal Mein BITCHOOOOO Das ist ein Changshun Verdamm Das glaube ich doch nicht Jetzt die gute Frage, welcher ist es? Nee, nicht meiner Ich sehe meiner fahren Ja, ich sehe meinen stehen Dann haben wir dieses Rätsel gelöst Ja Löst das erst, wenn ich unten an der Bahn angekommen bin Was? Haben sie sich nicht die Schneidwerke aus dem Class DLC mal selbst? Ist die schon zu euch jetzt mal? Ja, wenn die auf den Class DLC Trailern liegen und richtig liegen, die müssen schon in einem gewissen Radius liegen, dann sichern die sich Wenn du losgefahren bist, meine ich Oder wenn du ihn angekuppelt hast, ich weiß nicht genau Ich glaube, wenn du ihn angekuppelt hast Was ist denn jetzt hier los? Nein! Ich bin so doof Und wenn du den Ball Da ist ein Bäumchen Sagst du dir das auch immer, Fabi? Was? Das da ein Baum steht Ja ja Wenn dein Motor ausgehen will, da steht ja immer dringes Jahr eine beliebige Taste, dass er anbleibt. Außer ich hab auf die Austaste gedrückt. Und da steht ja beliebige Taste. Ja, aber manchmal funktioniert das sogar wirklich, da kannst du dann die Austaste drücken, aber da passiert nichts. Ey, warte, der ist jetzt auch so gut. Du wirst jetzt pauschal nicht bei welchem Gerät, aber bei irgendeinem Gerät geht das. Aber Leute, das ist so mega geil. Der 21er steht vor der Tür. Ne, bein 20er. Bein 20er. Steht vor der Tür. Wolltest du sagen. Ja, das ist am 22. November. Ah, sind wir nur 5 Monate. Warte, wir machen hier jetzt eine Abmachung. Wir ziehen das Projekt bis zum 22er durch. Scheiße. Ja. Scheiße. Du wirst da andere Abmachungen. Du wirst die Abmachung ganz feiern. Ja, die kommen doch. Bei welcher Folge sind wir? Weiß ich nicht. 5 und 3, ne 50 irgendwie meine ich. Ich glaube auch. Deshalb. Wir haben ja die Mitte schon. Was willst du denn von mir? Ich werde schon da mal nicht. Komm man, ich hatte jetzt ein, zwei Monate? Ne, ein Monat. Oder? Ne, ich glaube mittlerweile waren es zwei. Nö, nö, nö. Ich gehe auf mein, ich gehe auf mein Profil. Und dann gucke ich nach. Warte, hab mein Händen. Oh, du scheiß Maul. Ich hab sie gerne. Brauch's mal. Hm. Wo will ich denn hin? Ich denke wie. Mann, es ist ja ganz schön, dass du eigentlich auf der Straße stehen hast. Weil da ja Autosank war. Mann, nichts. Also Scheiß, das letzte Video, was von dir kam, war am ... ... 25. April. Also Juni. 22. Also, fast zwei Monate. Ja, aber, ja, aber, Moment. Aber, Moment. Wir haben eigentlich schon eine alte Folge. Wir haben ja eigentlich schon nicht mehr gekommen. Ja, aber ... Wie vierte Folge war das? Oh man, wird doch wieder geschlossen schon. Neunte. Ne, 23. Was war denn das? Die Untergriesbach? Oberbayern. Ne, aber ich wollte ja nur die Untergriesbach wissen. Oh man, du bist anstrengend. Wie ne Frau. Äh... Untergriesbach, die vierzigste, zwei Monate. Vierundvierzig. Bitch. Alter. Ah, zwei Monate später. Da fehlen 56. Kriegen wir locker hin. Du solltest aber sagen, dass wir den Lieberjahr durchzunehmen. Jetzt hast du zwei Monate Pause gemacht, Alter. Aber zwei Monate verlängern, ne? Wenn man weiter geht und... Glaub ja nicht. Guck einfach nichts. Ist doch besser so. Hm. So, sehr schön. Trotzdem müssen wir wieder vorbei, ich hab noch nichts vergessen. So. Aber Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, es macht wieder ein Heidenspaß. Er lässt zu zocken. Ja. Aber ich hab auch immer noch so gut. Ja, ist ja klar. Ich... Warum wusste ich... Warum wusste ich... Warum wusste ich, dass kam dieser Spruch jetzt gleich so? Warum wusste ich das? Das ist Usi, was erwartest du? Also blöd, du setzt sich jetzt voll selbst an die Brau an. Ich hab das eigentlich gar nicht so. Mann! Jetzt wirst du was für den Scheiß in einen Kurs eingefahren. Ja, dann habt ihr einfach kurz berechnet. Ja, genau. Ja, genau. Es lippt nicht. Achso, ich muss... Ich muss... Ich muss gar nicht kurz berechnen, da passiert nichts. Ich muss ein Stück drauf fahren aufs Feld. Nicht doch. Ein Stück mehr. Jetzt rückt, sag ich doch. Ja, ich... Ich hab's gerade gemerkt. Was? Das hat sich mir angefühlt, als wäre das irgendwie nur so ein Speichern gewesen. Ja, so circa. Ich sag's ja. Ich hab's nur gerade gemerkt. Ja, klar. Jetzt müssen... Ich hab keine Zeit kurz mehr. Äh... Das ist meiner. Für zufällige Weise. Weißt du? Wo ist denn wieder mein Deutz hin? Deutz, Deutz! Warum... Alter! Ich hab' dir ja nie gedacht, dass so viel Weizen runterkommen. Ich hab' dir ja nie gedacht, dass so viel Weizen runterkommen. Ich hab' dir erzählt, der Lachs nicht. Schade, ja. Ich hab' jetzt erstmal wieder warten hier. Haben wir keine Kurs generiert, versuchst du die Einstellung zu ändern oder das Fahrzeug zu bewegen? Hast du das Feld angewählt? Wie angewählt? Du musst das Feld ja selber noch anwählen. Oben links steht da ne Feldnummer. Ein aktuell kleiner Kurs. Ja, das geht nicht. Du musst die Feldnummer anwählen. Ja, da steht da keine Feldnummer da. Ja. Ich hab' eine Fahrzeug. Wenn du eine generiert hast, musst du die auf dem Feld... Und musst du die zuweisen. Genau. Im Minimum. Wenn du den Feldhandkurs berechnest, musst du scrollen, dass du dem ne Nummer zuweist, dem musst du die Feldnummer zu weisen, dann auf hinzufügen gehen. Dann kannst du das Feld anklicken und dann funktioniert das auch. Den Fehler hab' ich auch schon ganz oft gemacht. Hab' ich auch gedacht, warum geht das nicht? Hab' das gemacht und dann ging's. Ja, der hatte ich auch ziemlich oft schon. So. Slow down. Slow down. Ich hatte Angst, dass mein Silo voll werden könnte. Hab' bisher nicht mal einen Zug im Silo. Ja, ich hätte das auch gewählt. Junge, der zieht hier hoch nicht. Läuch' ich wieder ab. Da kann's sagen. Berg runter zieht er gut. Ja. Ja. Also Leute, das lohnt sich nicht, über den Winter anzusehen, weil... ...nicht gut. Da hat's viele Schäden drin in den Zeugs und deshalb machen wir das lieber nicht. Deshalb sehen wir, es ist halt viel Arbeit wieder immer wieder im Frühling, aber sehen wir lieber im Frühling an. Also, was du jetzt gut machen kannst, ist, wenn du musst fliegen oder sowas. Ja, das ist ja natürlich, das kannst du natürlich machen. Und düngen kannst du noch eine Stufe. Weißt du, jetzt kannst du die erste mit Mist, die zweite mit Mist und die dritte mit dem Düngerstreuer. Ja. Gut, dann ist der Mist aus, ja. Ja, ja. Na gut, also wer hat den Mist, ja, ne? Du hast den Mist, ja, ne, wenn du bei mir mietest. Ja. Nein! Echt? Ich cheating schon wieder. Au! Wer hat denn jetzt schon wieder was gemacht? Was war? Den dreistausender Mist, das ist ja nichts. Hat er den kurzen Leck drin? Au, 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 au! Ich glaube 20, glaube ich nicht da ist. Ja, 34 habe ich glaube ich... Ja. Hingekriegt. Warum? Warum? Mein kleines Feld, glaube ich. Warum? Meine lieben Freundes. Jo. Aha. Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich? Weiß nicht. Wie viel? 17. Also, okay. Ich habe mich gerade eben gefragt, warum meine, meine... Wenn ich drücke auf F2, mein FPS-Anzeiger nicht kommt. Hm. Das ist logisch, dass... Ne. Der hat die Dings nicht angezeigt. Ja. Oh, oh. Der Ping geht hoch im Teamspeak. Haha. Ich musste, ich musste doch, äh... Ich musste doch komplett, äh, den PC, äh... Runterschmeißen und wieder hochschmeißen. Ja, sag ich ja. Du hast die Spieltipps da nicht an. Genau. Ich musste doch alles wieder neu runterladen. Sehe ich gerade, Gimp habe ich auch vergessen runterzuladen. Zum Glück, äh, Leute, sind meine Mods geblieben. Die konnte ich festhalten. Dadurch, dass ich beim, äh... Resetten von dem PC, habe ich die HDD ausgesteckt. Und hatte nur die SSD drin. Weil ich alles Wichtige auf der HDD, äh... Gespeichert habe, habe ich die natürlich ausgesteckt. Und habe den, äh... Formatieren, äh... Formatieren lassen. Und nachher die HDD wieder eingesteckt. Moment, hast du das über, über einen USB-Stick gemacht? Oder über eine CD? Oder hast du zurückgesetzt? Habe ich zurückgesetzt. Ja, okay, gut. Ne, dann bereinigt er die auch. Mal kurz den Busladen gehen. Äh, jetzt habe ich fast 30.000 Liter, äh, Weizen schon drin. Und ich habe das erste Feld immer noch nicht. Moin. Ich habe 40.000 Liter gehört, ja. Äh, 40.000 Liter gehört, ja. Mit 14.000 Liter soll ja wohl. Ja! Die Spursbereitung macht ja ziemlich skill, alter. Was? Habe ich ja bedriftlich über das ganze Feld. Ja. Äh, warum ich mein Feld nicht davor hänge, das verstehe ich auch nicht, Leute. Wenn ihr das fragt euch, wenn ihr das Video seht und das euch fragt, das weiß ich auch nicht. Da, äh, da hätte ich die Breiten drauf. So. Dann machen wir das jetzt gleich. Hängen wir kurz um. Ne, ich würde sagen, wir machen das glaube ich in der nächsten Folge, oder? Ja. Schau sie, du bist da. Okay, wenn ich die Feuerwehr von an, lass den Dornschau schneiden, ist das nächste Mal vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dann, haut rein und tschau. Tschüss. Tschüss.